Guten Morgen meine Queens and Kings, wisst ihr was? Heute ist mein Geburtstag und was ist passiert? Petro weckt mich auf. Du bist so süß. Aber der hätte mich schon länger schlafen können. Nein, 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 nein. Und obwohl ich keine Party mache und auch nichts vor habe zu veranstalten, nehme ich euch mit und zeige euch mal, wie mein Geburtstag so abläuft. Also ich bin gespannt, was passiert. Es wird sicherlich der allerschlimmste und langweiligste Vlog, den ich jemals gesehen habe. Oh, ich will zu Gewörter schlafen. Eins, zwei, drei. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Was ist keiner da? Happy Birthday, lieber Chris. Happy Birthday to you. Wieso verarscht ihr mich? Ich wollte gerade sagen, es ist keiner da, nur drei Leute und so. Danke. Wer macht das jetzt sauber? Und das war alles Selina. Selina. Ja. Das war alles Selinas Idee. Oh, ihr seid so süß. Dankeschön. Alles Gute. Danke. Oh mein Gott. Und jetzt schneiden die Mädels das Shirt zu, damit ich es sofort anziehen kann. Oh mein Gott. Es sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ich finde, ne? Man sieht meinen Namen. Man sieht meinen Namen. Okay, dann fangen wir an, Leute. Let's go. Tschüss. So, jetzt geht's zur anderen Tanzschule. Es war voll süß. Ich freue mich voll. Ich muss voll schnell zu S-Bahn, aber ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ah, vielen Dank für die Süßigkeiten. Oh mein Gott, da ist eine Pflanze dabei. Ich muss echt öfter Sport machen. Ich kann nicht mehr. Gerade noch geschafft. Eine Minute. Ich bin jetzt nur heilfroh, dass ich den Zug erwischt habe. Weil jetzt schaffe ich es ganz pünktlich und voll gelassen. Das sind meine nächsten Mädels. Ich freue mich voll auf die Welt. Die sind eben voll cool. Das sind meine Mädels vom Tanz, ne? Ich bin 27, so ja, mein Bruder ist älter. Und eigentlich ist der mega jung, finde ich. Also 27 Kuhn gehalten. Dankeschön. Und ein super Tanzlehrer. Oh, kannst du nochmal sagen? Ich habe dich nicht verstanden. Und ein sehr super Tanzlehrer. Okay, ich gebe dir später das Geld dafür. Happy Birthday, lieber Prinz. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Du hast den gemacht? Oh mein Gott. Danke sehr. Voll süß. Kuchen ist echt locker. Fühlt ihr den auch sehr gut? Ja. 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 Wir haben das alles mit Klopapier. Bis jetzt zur Klopapierrolle. Tschau Leute. Tschuuu. Tschuuu. Ich hoffe jetzt inständig, dass ich den Zug erwische, weil ich extra früh losgegangen bin. Und mit diesen Tüten sehe ich aus, als komme ich gerade von der Shopping Mall oder sowas. Es ist jetzt so spät. Also sie haben glaube ich halb zehn. Ich komme so spät zur Oma. Wahrscheinlich pennt die schon. So, jetzt fährt der Zug ein. Juhu. Und ich muss nicht laufen. Ich bin ja schon genug gelaufen heute. Also die Oma ist auf jeden Fall noch wach, weil ich habe das Licht fressen sehen. Und dann sehen, ob sie auch wirklich zu Hause ist. Alles Gute zum Geburtstag. Danke von Prinz. So, jetzt sitze ich hier mit meiner Schwester und warte, bis das Essen fertig ist, was der Papa gemacht hat. Das Ding ist, ich darf nicht in die Küche. Ich darf auch nicht rein. Die Oma darf auch nicht rein. Der hat's mal so was. Und jetzt ist das Essen fertig. Bist du schon hungrig Oma? Zum Glück habe ich meinen alten Kartoffelsalat gefahren. Das ist der Geburtstagskuchen, den der Papa gemacht hat. Und das coolste ist, der Typ sieht so aus wie ich. Also sah so aus wie ich. Jetzt sehe ich nicht mehr so aus. Und was sagt die Oma dazu? Kannst die Zunge raus tun, dann schaust sie nicht aus. Springt da was raus? Das heißt, dann haben wir das ein. Das ist das allerbeste Weihnachtsgeschenk. Das ist das allerbeste Geburtstagsgeschenk ever. Danke schön. Bitteschön. Oh, danke. Weißt du was? Das gleiche wollte ich dir zu Weihnachten schenken. Mist. Ich liebe diesen Meme. Selbst die Oma macht davon ein Bild, weil es so faszinierend ist. Das Geschenk ist super, gell? Das beste Geschenk überhaupt. Das finde ich auch. Ich habe noch nie ein so schönes Geschenk, so ein originelles Geschenk vor allem bekommen. Bevor ich mich jetzt verabschiede von allem, will ich euch mal hier zeigen. So sah ich nämlich früher aus. Schau mal. So ein lieber braver Bub, das kaum zum Aushalten ist. Auf Wiedersehen Oma. Auf Wiedersehen. Geburtstag, Freunde. Ich muss euch sagen, ich hatte einen so tollen Geburtstag. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht zu abonnieren, denn jede Woche kommt ein neues Video online. Und nicht zu vergessen, ich habe ja noch die Verlosung am Lauf. Und die Gewinner von der Verlosung stehen hier unten drauf. Schreibt mich auf Instagram an in meinen DMs oder ich versuche euch auf YouTube zu kontaktieren. Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch und ihr bekommt das Mini-Album nach Hause geschickt. Bleibt sauber. Habt ihr ich dakir. Ich war ja nicht dafür.